Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Im Rahmen der Föderalismusreform wurde den Ländern unter anderem die Gesetzgebungskompetenz für den Strafvollzug übertragen. Damit den Ländern ein angemessener Planungszeitraum zur Verfügung steht, sollte die alte Bundesregelung bis zum Vorliegen der jeweiligen Länderregelung weiter gelten. In Mecklenburg-Vorpommern hat die Landesregierung von dieser Möglichkeit nun mit dem vorliegenden Gesetz Gebrauch gemacht. Dieser Gesetzentwurf wurde von mehreren Faktoren beeinflusst. Es ist bereits mehrmals angeklungen, dass das Bundesverfassungsgericht im Mai 2011 eine stärkere Therapiegewichtung im Strafvollzug eingefordert hat. Durch geeignete Maßnahmen müsse die Gefährlichkeit der Täter reduziert werden, so das vorgegebene Ziel des Bundesverfassungsgerichts. Die Koalition nahm dies zum Anlass und hat im Koalitionsvertrag vereinbart, ein Landesstrafvollzugsgesetz zu erlassen, dass die Vorgaben aus Karlsruhe ebenso wie der hier auch schon mehrfach angesprochene Resozialisierungsgedanke angemessen berücksichtigt wird. Meine Damen und Herren, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat sich in erster Linie auch schon angesprochen worden, ja, mit der Sicherungsverwahrung beschäftigt, aber doch unmissverständlich auch die Änderungen im Strafvollzug angemahnt. Diese Änderungen lassen sich wie folgt zusammenfassen. Der Staat muss in Fällen, in denen die Sicherungsverwahrung in Betracht kommt, schon während des Strafvollzugs alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die Gefährlichkeit des Verurteilten zu reduzieren. Bereits während der Haft sollen dem Täter alle erforderlichen psychiatrischen, psycho- oder sozialtherapeutischen Therapien zukommen. Die Sicherungsverwahrung müsse logischerweise aus verfassungsrechtlicher Sicht stets das letzte Mittel sein und bleiben. Der vorliegende Gesetzentwurf orientiert sich an dem Musterentwurf einer Ländergruppe. Die beteiligten Bundesländer sind hier also auch schon mehrfach genannt worden. Das erspare ich mir denn jetzt. Im Rahmen der Sachverständigenanhörung wurde der vorliegende Gesetzentwurf grundsätzlich von allen Gutachtern begrüßt. An dieser Stelle möchte ich ebenfalls auf Herrn Prof. Dünkel eingehen, der den Entwurf eine gelungene Umsetzung eines konsequenten Wiedereingliederungsprozesses ansah, dass sowohl die soziale Integration des Verurteilten wie auch den Opferschutz, und meine Damen und Herren, da müssen wir insgesamt sehr viel Wert drauf legen und die Prävention zukünftiger Straftaten in gleicher Weise befördert. Es gab also nicht nur Kritik, sondern der Gesetzentwurf ist im Allgemeinen auch als gelungener Gesetzentwurf angesehen worden von Prof. Dünkel. Das haben Sie verschwiegen, Frau Borchert. Der Schwerpunkt liegt also auf dem Schutz der Bevölkerung. Ich denke, das ist auch immer wieder auch wichtig zu sagen, vor weiteren Straftaten. Und darauf kommt es uns insbesondere an, meine Damen und Herren. Kritik von den Sachverständigen ist geäußert worden. Das ist hier also auch schon angesprochen worden. Ich will darauf kurz eingehen. Die Gefangenen erhalten für Arbeit und die Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen eine Vergütung. Auch hierauf ist Frau Drese beispielsweise auch umfänglich eingegangen. Deren Höhe wurde in der Anhörung teilweise unter Hinweis auf einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahre 2002 kritisiert. In der Entscheidung wurde ein Arbeitsentgelt in Höhe von 9 Prozent der sozialversicherungsrechtlichen Bezugsgröße als verfassungsgemäß bewertet. Da liegen wir also deutlich auseinander. Auch damals gab ein bereits ein zusätzliches Element der Arbeitsentlohnung, diese sogenannte und hier auch schon mehrfach erwähnte nicht monetäre Komponente. Durch die Teilnahme an Arbeit hat der Gefangene die Möglichkeit, seine Haftzeit zu verkürzen oder sonstige Hafterleichterungen zu erreichen. Diese Lösung wurde, Frau Drese hat es auch schon angesprochen, vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof im Jahre 2010 bestätigt. Der vorliegende Gesetzentwurf folgt genau diesem Maßstab. Neben der Entlohnung in Geld wird den Gefangenen die Möglichkeit eingeräumt, Haftzeitverkürzungen zu erreichen, wenn sie, wie gesagt, an Arbeits- oder Therapiemaßnahmen regelmäßig mitwirken. In Bezug auf die vorgeschlagene Verbesserung der nicht monetären Entlohnung hat die Koalition die Kritik der Sachverständigen aufgegriffen und im Gesetzentwurf formuliert. Die Einzelheiten hat Frau Drese genannt. Das erspare ich mir dann ebenfalls an dieser Stelle. Meine Damen und Herren, ein weiterer Kritikpunkt war die unterschiedliche Behandlung von Anwälten, Notaren, Verteidigern in Bezug auf die Kontrolle des Schriftsverkehrs und der Besuche. Frau Borch hat es da eben ausführlich darauf eingegangen. Allerdings sehen wir das etwas anders. Wie auch bei der bisherigen Bundesregelung ist im Gesetzentwurf tatsächlich keine Kontrolle der Verteidigerpost, ich betone der Verteidigerpost und der Besuche vorgesehen. Das hat seinen guten Grund. Der Schutz der Verteidigerpost dient dem verfassungsrechtlich geschützten Verteidigungsrecht der Gefangenen. Deshalb ist zu Recht jede Einsichtnahme in die Verteidigerunterlagen durch einen Dritten unzulässig. Bei den nicht als Verteidiger tätigen Anwälten und Notaren handelt es sich allerdings um eine gänzlich andere Interessenlage. Aus diesem Grund ist und bleibt diese Privilegierung übrigens wie in anderen Bundesländern auch ausschließlich den Verteidigern vorbehalten. Meine Damen und Herren, auch die Frage, ab wann einem zu lebenslänglicher Haftverurteilten der Langzeitausgang gewährt werden kann, wurde im Vorfeld heftig diskutiert. Sicherlich dienen Vollzugslockerungen dem Resozialisierungsziel. Es ist aber auch selbstverständlich, dass eine Vollzugslockerung nur dann in Frage kommt, wenn der Gefangene hierfür psychisch geeignet ist. Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass neben dem Langzeitausgang, also einem Verlassen der Anstalt für mehrere Tage, denn davon reden wir hier, noch weitere der Resozialisierung dienende Vollzugslockerungen zur Verfügung stehen. Eine lebenslängliche Strafe wird für Mord, Totschlag und andere Straftaten mit Todesfolge verhängt. Also, wir sprechen hier von Delikten mit erheblichem Gewicht. An dieser Stelle darf der Straf- und Abschreckungsgedanke nicht in den Hintergrund rücken. Wenn lebenslänglichen der Langzeitausgang als die liberalste aller Lockerungen erst nach zehn Jahren ermöglicht wird, ist dies nach unserer Auffassung mehr als angemessen und steht dennoch einer Resozialisierung nicht entgegen. Frau Borchert sprach es an, da gebe ich ihr ausdrücklich recht. Insofern ist also immer eine Einzelentscheidung Voraussetzung. Meine Damen und Herren, die Seelsorge ist auch angesprochen worden. Die Seelsorge der Gefangenen im Gesetzentwurf wurde mit der Seelsorge ein wichtiges Angebot an die Gefangenen zur Verwirklichung ihrer Religions- bzw. Weltanschauungsfreiheit festgeschrieben. Die Freiheit der Seelsorge, einer Religionsgemeinschaft in Anspruch zu nehmen oder einer bestimmten Weltanschauung zu folgen, ist im Artikel 4 des Grundgesetzes fest verankert. Deshalb wurde zur Wahrung der Unabhängigkeit der Seelsorge bewusst auf eine gesetzliche Verpflichtung zur Zusammenarbeit verzichtet. Es ist bereits gefestigte Rechtsauffassung, dass die Wahrung der Vertraulichkeit des seelsorgerischen Gesprächs mit einem geistlichen auch zum Schutz der Grundrechte des Seelsorgesuchenden gehört. Es verbietet sich daher jede Maßnahme, die dieses Recht einschränken würde. Daher ist es auch konsequent, wenn die Seelsorger nicht von der Offenbarungspflicht des § 114 erfasst werden. Meine Damen und Herren, der Datenschutz war und ist ein weiteres wichtiges Thema im vorliegenden Gesetzentwurf wurde der Schutz der Daten aller Beteiligten angemessen berücksichtigt. Es sind von den Datenschutzregeln nicht nur die Untergebrachten selbst erfasst, sondern auch deren Rechtsvertreter und Besucher sowie behandelnde Ärzte und weitere Angehörige der Heilberufe. Beim Thema Datenschutz orientiert sich der Gesetzentwurf am aktuellen Landesdatenschutzgesetz. Es wurden in der Sachverständigenanhörung zwar vereinzelt schärfere Datenschutzvorschriften eingefordert, doch es überzeugt eben nicht an dieser Stelle strenger als das geltende Landesdatenschutzgesetz selbst zu sein. Meine Damen und Herren, der vorliegende Gesetzentwurf erfüllt die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Wir halten ihn demzufolge nicht für verfassungswidrig oder auch nicht die Gefahr, dass eine Verfassungswidrigkeit vorliegen würde, für gerechtfertigt. Wir halten ihn für eine gute rechtliche Grundlage für den Strafvollzug in unserem Bundesland. So, vielleicht noch kurz zu den Änderungsanträgen der Fraktion Bündnis 90 die Grünen. Es ist ja hier zu sehen, dass also noch zehn Anträge von den ursprünglichen größeren Anzahl der Anträge übrig geblieben ist, die wir im Ausschuss vorliegen hatten. Hier ist zu bemerken, dass insbesondere bei der Formulierung des offenen Vollzugs, gehen Sie von einer gesetzlichen Vermutung aus, dass bei der Eignung für den offenen Vollzug wir sagen allerdings, dass es hier individuelle Prüfungen geben muss. Bei den restlichen Anträgen muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, liegen wir eben in der Auffassung zu weit auseinander. Denn Resozialisierungsgedanke steht ganz oben. Aber ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, Strafe muss auch noch Strafe bleiben und Opferschutz geht vor Täterschutz. Unsere Fraktion wird dem Gesetzentwurf selbstverständlich zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.